Meine Damen und Herren, ich übergebe an die Tagesschau mit meiner Kollegin Linda Zervakis. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Seht euch nur die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Seht euch nur die Wan an, wie die Wan tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wan. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine V. Seht euch nur die V an, wie die V-te kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine V. Peking. Die Chinesen mit dem Kontrabass saßen auf der Straße und erzählten sich was. Da kam die Polizei, fragte, was ist denn das? Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Drei Chinesen mit dem Countrybiss. Sisi ist die Strisse und erzählten sich was. Die Kindi-Pilizee fragte, was ist denn das? Das ist die Strisse und ältere Spanier. Oke, so, ich bin da um Wurzat im S-AT-U. Ja, ich bin da, ich bin da. Vielen Dank.